Diese mystische Botschaft ist für Dich gedacht, wenn Du Dich aktuell in einer glücklichen Single-Energie befindest, doch zugleich das Verlangen nach einer Partnerschaft in Dir erwacht. Solltest Du Dich angesprochen fühlen, geht es hier eventuell um einen Menschen, den Du bereits kennst. Ein Mensch, der selber sehr leidenschaftlich ist und der ein Feuer in Dir auf eine sehr spezielle Weise entfacht hat. Ein Mensch, der genau wie Du weiß, was er will und auch sehr anziehend auf das andere Geschlecht wirkt. Sobald dieser jemand den Raum betritt, wird seine Aura von allen erspürt. Er könnte sich in seinen Schattenseiten als jemand enthüllen, der überstürzt ins Sexuelle drängt. Dennoch ist er von tiefer Bindungsfähigkeit, sofern er sein passendes Gegenstück gefunden hat. Stets bereit, mit Überraschungen aufzuwarten, strahlt er Lebensfreude aus. Am Ende dieses Videos erwartet Dich eine gechannelte Botschaft von genau diesem Menschen sowie der Rat des Universums, wie Du Dich verhalten darfst. Wenn es Dich berührt, lass ein Herz, ein Like oder ein Kommentar als Zeichen da. Dergründe nun die verborgenen Enthüllungen. Schön, dass Du wieder da bist und falls Du neu bist, herzlich Willkommen in unserer liebevollen Community. Und nun auf zu neuen Ufern. Viel Spaß mit dem folgenden Inhalt. Die Person, um die es heute geht, denkt definitiv viel über Dich nach. Diese Gedanken drehen sich um die Vorstellung, dass sie sich in einer Art Rivalität befindet, da sie glaubt, Du hättest zahlreiche Optionen in Deinem Leben, sei es beruflich, sozial oder romantisch. Unabhängig davon, ob das der Realität entspricht, fühlt sich diese Person unsicher und beobachtet Dich aus der Ferne. Anstatt aktiv auf Dich zuzugehen, verharrt sie in einer Art Unentschlossenheit. Ihre Unsicherheit und ihr ständig rumorender innere Dialog halten sie davon ab, einen mutigen Schritt in Deine Richtung zu wagen. In ihren Gedanken malt sie sich aus, mit wem Du Zeit verbringst und welche Bedeutung diese Menschen in Deinem Leben haben könnten. Sie fragt sich, ob sie noch eine Chance bei Dir hat und fühlt sich wie ein Zuschauer, der von außen auf Dein Leben blickt. Diese Person nimmt Dich als eine unabhängige Persönlichkeit wahr, sowohl finanziell als auch in Bezug auf Beziehungen. Sie hat das Gefühl, dass Du Dich in letzter Zeit stark verändert hast und nun sehr gut mit Dir selbst im Einklang bist. Du erscheinst Dir als jemand, der sich selbst gefunden hat und authentisch lebt, was Dich für sie faszinierend und gleichzeitig unerreichbar macht. Es ist klar, dass diese Person Dich von früher kennt, da sie bemerkt, wie sehr Du Dich entwickelt hast. Die emotionale Bindung zu Dir scheint nach wie vor stark zu sein und sie spürt auf einer tiefen, herzlichen Ebene, dass Du in Dir ruhst. Du hinterlässt bei ihr den Eindruck, dass Du in Deinem Leben einen Punkt erreicht hast, an dem Du Dich selbst vollständig akzeptierst und Deine eigenen Werte lebst. Und nun frag Dich, auf wen könnte diese Beschreibung zutreffen? Wen trägst Du versteckt in Deinem Herzen? Wen gab es da, der es bisher nicht in Deine Realität geschafft hat? Es scheint, dass Du mit dieser Person noch nie in einer festen Beziehung warst, da sie sich noch nicht vollständig über die Natur ihrer Gefühle für Dich im Klaren ist. Vielleicht bist Du für diesen Menschen die allererste tiefgehende Seelenbegegnung, während Du in diesem Bereich bereits viel Erfahrung gesammelt hast. Dass dieser Mensch seine Gefühle noch nicht klar einordnen kann, bedeutet keineswegs, dass sie nicht tief empfunden sind. Im Gegenteil. Es ist einfach so, dass er bisher noch nie solch intensive Emotionen wahrgenommen hat. Dieser Jemand war es gewohnt, nach dem Prinzip, aus den Augen aus dem Sinn zu leben. Doch mit Dir macht er eine völlig neue Erfahrung. Obwohl Du möglicherweise nicht ständig präsent bist, kann er Dich nicht einfach vergessen oder loslassen. Diese Situation ist für ihn ein unerforschtes Gebiet, und er versucht, all diese neuen Empfindungen zu verstehen und einzuordnen. Die Begegnung mit Dir hat sein Herz auf eine Weise berührt, die ihm bis dahin fremd war. Für diesen Menschen ist die Situation bisher nicht greifbar, und er fragt sich, ob überhaupt etwas Festes zwischen Euch möglich wäre. Fakt ist, dass er Dich nicht aus dem Kopf bekommt, auch wenn Du kaum oder gar nichts von ihm hörst. Er versucht auf einer energetischen Ebene, Informationen über Dich zu sammeln. Und das kann er sehr gut. In stillen Momenten nimmt er innerlich Verbindung mit Dir auf und führt innere Zwiegespräche, innerhalb derer er mit Dir kommuniziert. Auch wenn Ihr Euch nicht seht, kann er sehr gut einschätzen, wie es Dir geht und sogar, was Du machst. Ein hochspiritueller Mensch, der dies nicht im Außen zu leben vermag. Das heißt, im Außen könnte er sich komplett anders präsentieren. Dieser Mensch hat bereits viel Herzschmerz erlebt und ist daher vorsichtig, sich zu öffnen. Eine tiefere Bindung kommt für ihn nur in Frage, wenn er absolute Sicherheit verspürt. Und er wird versuchen, dies aus verschiedenen Blickwinkeln abzuklären, bevor er sich einlässt. Dabei baut er langsam Vertrauen auf, auch wenn ihm das nicht vollständig bewusst ist, da er noch mit alten Verletzungen zu kämpfen hat. Wie den nächsten Schachzug spielt er alle möglichen Variationen eines nächsten Zusammentreffens oder Kontaktes mit Euch beiden durch und versucht, die Züge bis zum Ende durchzudenken. Dir mag das manipulativ erscheinen, doch für ihn ist es ein normaler Vorgang. Was würde dieser Mensch Dir gerne sagen, wenn er könnte? Hier kommt die gechannelte Botschaft. Geliebter Seelenschatz, ich verehre Dich tief und heimlich. Dieses zarte Seelenband, das uns verbindet, hüllt mich einerseits in Unkenntnis, andererseits in tiefes Vertrauen. Und die Sterne sind meine stillen Zeugen, während die Zeit zärtlich um unsere Herzen tanzt. Gedanken, wie schattenhafte Wösperer, suchen nach dem Weg, der uns in die Vereinigung führt. Tief in meinem Herzen erblüht die Erkenntnis, dass unsere Reise vielleicht in einem zarten Hauch von Freundschaft beginnen könnte. Mitten im Alltagsgeschehen meines Lebens taucht der Impuls an unsere verborgene Verbindung immer wieder auf. Ein Pfad erscheint vor meinem geistigen Auge, umsäumt von Nebel. Ein leiser Schmerz klagt über die verlorene Nähe und das, was potenziell zwischen uns lag. In den nächtlichen Stunden, wenn die Welt schweigt, bist Du allgegenwärtig in meinem Feld. Die Gründe für unsere Distanz entziehen sich meinem Verständnis, doch die Sehnsucht nach Klarheit dringt tief in mir. Unausgesprochene Worte lasten auf mir. Mehr und mehr. Auch ich möchte gehört werden. Mich dürstet danach, mich wahrhaft auszudrücken. Bald kommt der Moment, in dem ich den Mut finde, das Schweigen zu brechen und die kristallklaren Essenzen unserer Verbindung mit Dir zu ergründen. Ja, vielleicht versuche ich, die Situation zu sehr zu kontrollieren und dennoch fällt es mir schwer, dieses Bedürfnis nach Kontrolle loszulassen. Es gibt mir Sicherheit. So war es schon immer für mich. Ich möchte destruktive Muster jedoch durchbrechen. Ich arbeite mit Hochdruck an meinen Lernaufgaben, damit wir uns ohne Angst einander zuwenden und lieben können. Ich bin mir sicher, dass es geschehen wird und habe Dich fest in meiner Vision der Zukunft. Wann das sein wird, kann ich Dir nicht sagen, aber ich weiß, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden. Das war die Botschaft Deines Gegenübers, die sehr ergreifend und tiefgehend ist. Was ist nun der Rat des Universums für Dich und diesen Menschen? Das Universum sagt, Liebe Seele, vergib Dich in eine leichte, beschwingte Energie. Du darfst hier vertrauen. Diese hochfrequentierte Verbindung kann nur in Dein Leben treten, wenn Du Dich selbst auf eine hohe Schwingung einstellst. Bereite Dich energetisch auf diese besondere Zeit des Seelentanzes vor und tauche bereits jetzt in die freudige Ekstase der festlichen Zeit ein. Lasse auch andere an Deiner unbeschwerten Energie teilhaben, indem Du sie in höchstem Maße vorlebst. Wenn Du Deine lebendige Energie mit anderen teilst, werden sich die Bänder fügen und das von Dir ersehnte Resonanzfeld wird sich für Dich öffnen. Dein jugendlicher Spirit möchte befreit in die Welt strahlen und sich fröhlich verbinden. Achte also auf Dein Mindset und lenke Dich selbst in die richtige Richtung, falls Du Dich auf abwegigen Pfaden befindest. Denn nur Du bist verantwortlich für Dein Handeln und somit der alleinige Lenker Deines Schicksals.